Hallo meine lieben Freizeitstrategen und Blutsauger da draußen und herzlich Willkommene zurück bei Immortal Reigns Vampire Wars, der Beta. An dieser Stelle sei noch mal gesagt, wir sind in einer Beta, ist nicht das finale Produkt. Es gibt hier einige Regeln, die im eigentlichen Spiel anders sein werden, wie mir gesagt wurde. Habe ich in der ersten Folge schon einiges darüber gesagt, will ich hier nicht wiederholen, lediglich nur nochmal ansprechen. Falls ihr das nicht wisst, schaut euch am besten die erste Folge an, falls ihr es noch nicht getan habt. So, wir beenden unseren Zug. Denn wir wollen jetzt hier die Wildlands Caves angreifen, mit unserer Truppe hier. Und das wird ein Kampf, der ist knackig, wie ihr seht. Der Gegner hat leicht verbesserte Kampfwerte. Wir haben Fernkämpfer eher nicht, aber dafür hat er Flieger. Das wird die Sache auf jeden Fall spannend machen. Aber unsere Fernkämpfer sind nicht zu unterschätzen. Und wenn wir sie richtig aufstellen, können die auch sehr mächtig sein. So, das hier ist jetzt hier das Szenario. Das hier sind jetzt hier diese... Äh, warte mal, ich kann sie gerade nicht mehr so offen... Diese Queen Chirobtera. Ähm, das ist im Grunde eine Heldeneinheit. Die ist sehr, sehr stark. Die ihr sehen könnt. Hat auch sehr viele Lebenspunkte, ähnlich wie unsere Cecilia. Genau genommen hat sogar mehr Lebenspunkte. Hat bloß etwas schlechtere Kampfwerte, wie ihr seht. Aber sie ist auch ein richtiger Vampir und das ist nur im Grunde ein Monster. Ähm, das ist der Fledermauschwarm. Der ist in der Offensive sehr, sehr heftig. Da müssen wir richtig aufpassen. Kann richtig böse reinprügeln, wenn die unsere Leute angreifen. Deswegen müssen wir die ausdünnen und töten, bevor sie das tun können. Ähm, hier haben wir dann nochmal eine Direbat. Die entspricht quasi mehr oder weniger hier dieser Queen Chirobtera. Bloß halt in, ja, etwas abgeschwächter Variante. Hat aber auch genau denselben Punkt, ne. Also ist eine Offensive mega stark. Wenn man dann Gegenangriff macht, äh, macht man ordentlich Damage. So, für uns ist es jetzt wichtig, dass wir jetzt hier erstmal eine wichtige, äh, Verteidigungsposition einrichten. Und deswegen stelle ich mich jetzt erstmal hier so hin. Ich stelle mich hier so hin. Und ich stelle mich hier, äh, haben wir noch mehr Sperrträger? Wir haben noch mehr Sperrträger. Das ist aber äußerst praktisch. Stellen wir uns noch so hin und so hin. Und unsere Fernkämpfer stelle ich da hin und da hin. Das können wir allerdings alles später noch ein bisschen ändern. Das Problem ist, die können jetzt hier reinfliegen. Aber vielleicht kriegen wir das auch hin, ohne dass es irgendwie Trouble macht. So, das ist so eine Taktik, die ich mir gegen diese Gegner hier ausgedacht habe. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, wir können beginnen, aber ich sage jetzt erstmal hier verzögern. Lass den Gegner jetzt mal ranfliegen. Flapp, flapp, flapp. Teleport-Fledermäuse. Schön, ne? So, ihr seht, ich komme jetzt momentan hier nicht ran. Leider an gar nichts. Deswegen kann ich eigentlich ja nur Wait machen bei denen. Hier kann ich auch nichts machen, wie ihr seht. Kann ich also auch nur Wait machen. Und, ähm, noch ist der Gegner hier nicht am Start. Deswegen ich auch nur Wait machen kann. Also wir werden jetzt einfach hier ganz, ganz keck warten. Ganz keck warten. Uns gar nicht stressen lassen. Nächster Turn. So, Cecilia muss auch noch Nächster Turn machen. Jetzt sind wir wieder dran. Wir machen Wait. Jetzt kommen die erstmal. Ihr seht, dieses Vieh regeneriert nebenbei. Und da kommt schon der erste Angriff. Und ihr seht, Konterschläge sind gegen die sehr, sehr mächtig. Gegen Konterschläge sind die echt nicht gut. Oder generell auch gegen alle Arten von Attacken. Boah, das war echt bitter. Hätte ich vielleicht doch hier schon mal was machen sollen. Okay, jetzt können wir als allererstes auf diese eine hier schießen. Beziehungsweise, gegen was kämpfen wir am besten? Erstmal. Ja, komm, wir machen erstmal die da weg. Und Geselle machen wir hier. Und ich bin nicht dazu bereit, jetzt hier irgendwie meine Leute hier zu opfern. Deswegen gebe ich denen jetzt hier ordentlich mehr Rüstung. Gebe denen erstmal Guard. Cecilia ihrerseits haut jetzt hier auf diese Truppe drauf. Und killt damit schon mal die erste. So, und jetzt könnten wir mit Cecilia schon hier den nächsten Angriff durchführen. Und ich glaube, das mache ich sogar. Mit der falle ich jetzt hier aus. Jetzt kommen erstmal die vier. Die können auch Karten einsetzen, wie ihr seht. Da war auch gerade ein Grafik-Bug. Den sehe ich zum ersten Mal. Und das ist jetzt hier eine ekelhafte Situation. Ihr seht, die können halt da reinfliegen. Das ist echt nicht cool. Für uns. Wir müssen echt aufpassen. Aber das Gute ist, wir hauen halt jedes Mal zurück. So, jetzt diese Bogen, äh, diese Dinger da müssen eigentlich weg. Die müssen weg. Sonst sind wir alle gleich im Dreck oder so ähnlich. Ich kann auch diesen Aimed Shot theoretisch machen. Dieser Aimed Shot geht halt einfach nur weiter. Bringt mir aber in dem Fall eigentlich leider gar nichts. Ich mache jetzt aber trotzdem, versuche jetzt hier, äh, diese Einheiten so weit wie möglich hier zu dezimieren. Das Schlimme ist halt, wir werden jetzt wahrscheinlich eine Einheit verlieren, wenn es dumm läuft. Mit denen werde ich jetzt, weil ich hier nicht rankomme, wie ihr seht. Also war jetzt taktisch nicht so clever von mir. Hauptsächlich einfach mal, um das Ganze hier so euch fortzuführen. Hier kann ich auch nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen. Mit Cecilia kann ich jetzt hier die große Hieroptera angreifen. Was ich aber tun kann, um die Situation ein bisschen zu entspannen, ist, ich kann zum Beispiel jetzt hier das hier, Drain Life, machen, um sie zu heilen. Äh. Das hier wäre ja auch eine coole Fähigkeit. Die kann ich ja auch auf sie spielen. Da bekommt sie selber Schaden. Aber, ja, wir treffen halt auch alle um sie herum. Aber da ist halt gerade keiner um sie herum. Dann können wir hier Target Allied Unit lose 25% of its remaining health and gain plus 50% attack for one turn. Das wäre eine interessante Aktion. Was können wir da noch machen? Target Unit ignores the next source of damage. Das können wir machen, dass diese Einheit hier ihren nächsten Treffer einfach ignorieren kann. Das heißt, sie wird es überleben. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann können wir hier die Initiative einer Einheit erhöhen. Was ist denn das hier für eine Einheit? Genau, die da können wir dafür sorgen, dass sie vielleicht früher dran ist. Genau. Das ist halt eine Menge Mana. Und Target Unit gain ethereal and executioner for one turn. Ich muss ganz ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht, was das bewirkt. Ich weiß nicht, was ätherisch bedeutet. Also ich meine, ich weiß schon, was ätherisch bedeutet. Aber was es halt in diesem Spiel bedeutet, wird leider nicht erklärt. Und wie man quasi, also was dieses Exekutieren bewirkt, weiß ich auch nicht. Es klingt bloß sehr, sehr tödlich. Aber die Details fehlen mir in dem Fall, in dem Zusammenhang einfach. So. So, jetzt hauen wir einfach erstmal auf dich da drauf. Spielt eine Karte. Das tat weh. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Nummer hier. Und jetzt können wir nämlich jetzt hier angreifen. Wir können jetzt aber auch das hier spielen. Target Unit loses 25% of her... Was? Hallo? Ach, habe ich nicht genügend Mana oder was? Mana? Ne, ich habe genügend Mana. Target... Ach, ich kann das nur auf sie selber spielen. Ähm... Okay, ich kann das nur auf sie selber spielen. Das ist anders, als ich gedacht habe. Wer ist denn eigentlich gerade eben dran? Ne, das sind schon die Fernkämpfe, die jetzt hier dran sind. Okay. Diese Mistviecher, ey... Ja gut, ich schieße jetzt mal auf die da drauf. Also die Karten funktionieren teilweise ein bisschen anders, als man es erwartet. Aber das liegt an der... Ähm... Einfach an der Beta und an dem Szenario. Das Szenario ist einfach absichtlich abgeändert. So, jetzt können wir... Ja, die da eigentlich jetzt erstmal... Ne, ich kann auf die da schießen. Ne, wir killen jetzt die da. Stark, weg mit. Können wir da angreifen? Ich gucke mal, dass ich hier eine Full Flank bekomme. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass der Kampf nicht gerade Billow wird hier, ne? Und das ist tatsächlich der Fall. Ähm... Problem ist halt, der kann jetzt hier gleich drüber fliegen, wenn es rumläuft. Jetzt greifen wir hier noch an. Noch sind die Einheiten am Start. Jetzt kann ich hier das wieder machen. Zack! Mal Lebenspunkte getauscht. Äh... Wo mache ich am meisten Schaden von da? Ihr seht, ne? Der Unterschied hier ist schon krass. 72 Schaden. Drain Life. Wie gemein. Wir leben noch. So, jetzt kann ich auf... Dat 4 schießen. Jetzt hat es hier angegriffen. Und damit haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen. Auch wenn es ein harter Kampf war. Aber wir haben so gut wie gewonnen. Zack! Ah, ne, ich muss mit Links-Klick das machen. Nicht mit Rechts-Klick. Aim-Shot. Damit erreiche ich jetzt hier diesen großen gerade noch so. Wir greifen den jetzt hier von mehreren Seiten an. Und hier bitte ebenfalls. Und damit ist der eigentlich weg. Und wir haben es gerade so überstanden. Also ihr seht, Kämpfe, die so punktetechnisch mehr oder weniger auf Augenhöhe ablaufen. Da muss man sich schon was einfallen lassen. Und auch mit den Karten spielen, um sich diese kleinen Vorteile zu bringen. Und die KI setzt diese Karten auch ein. So. Ihr seht, die leben noch. Aber es ist kein gutes Leben. Wir bekommen wieder Karten. Hier Meditation. Und wir bekommen nochmal was. Hier einen Lebenspunktring. Nochmal hier interessante Karten. Und das hier ist eine dieser Karten, die mich am Anfang verwirrt haben. Ihr seht, normalerweise könnt ihr dann mit diesen Karten hier einen Nachlass auf die Rekrutierungskosten bekommen. Hier in diesem Szenario funktioniert diese Karte anders. Die funktioniert im Grunde genauso wie diese andere Karte, wo wir vorhin Truppen rekrutiert haben. Wir können dann einfach diese Truppen, die es dann dort gibt, in diesen bestimmten Gebieten, wie zum Beispiel dieser Cave oder so, hier rekrutieren. Damit könnte ich jetzt hier zum Beispiel an einen Bad Swarm kommen. Ich persönlich bin wohl jetzt kein großer Fan von Bad Swarms. Deswegen lasse ich das bleiben. Ihr seht, hier ist das Plus. Normalerweise könnte man es hier rekrutieren. Ist halt in diesem Szenario inaktiv. So, wir gehen jetzt hier zurück. Kann ja immer noch nichts machen. An dieser Ritualstelle könnte ich jetzt hier ein Blutbad nehmen. Beziehungsweise ich könnte jetzt eine solche Karte mir organisieren. Und dadurch würde ich alle meine Einheiten hochheilen. Das kann ich jetzt aber auch mal so machen. Wie ihr seht. Zack. Droh. Alle sind voll. Läuft. Wir gehen weiter. Was haben wir denn hier? Eine Dracul Cave. Da haben wir auch einen Bad Swarm. Hier gäbe es nochmal eine Village. Entschuldigung. Brauchen wir gerade eben nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Wobei, ich würde schon ganz, ganz gerne eigentlich Einheiten ausheben. In dieser City kann ich das nicht. In diesem Fortress könnte ich hier diese Feral Wolves hier ausheben. Die Feral Wolves, wie ihr seht, sind auch sehr, sehr bestialische Wesen. Die keine gute Verteidigung haben, aber dann doch einen guten Angriff. Und vor allem, sie haben diese langen Ability. Sie können quasi schräg angreifen, was sie taktisch äußerst sinnvoll macht. Währenddessen diese Bats halt einfach, die bekommen halt weniger Schaden durch Geschoss, wie ihr seht. Sind also im Grunde eigentlich die perfekten Fernkampfjäger. Und ich denke, ja doch, wir holen uns mal hier so eine Bad Truppe. Wie ihr seht, normalerweise kann ich sie jetzt nicht anheuern. Aber mit dieser Karte kann ich das. Dann bekomme ich jetzt hier so eine Bad Unit. So, nur um zu zeigen quasi, es gibt diese Einheiten und man kann sie auch verwenden. So, wir rücken weiter vor. Und wenn übrigens hier diese Slots hier voll sind, dann war es das eigentlich auch. So, hier gibt es jetzt die Möglichkeit, hier noch dieses Dorf anzugreifen. Da ist so eine kleine Truppe drin. Die haben auch die ersten Reiter. Lasst sie uns angreifen. Wir können das Ganze auch auto-resolven, wenn wir der Meinung sind. Aber nee, wir kämpfen das natürlich. Bringt ja auch Erfahrungen, wenn wir diese Kämpfe machen. Und ihr wollt es natürlich auch sehen, sonst würdet ihr das Video nicht schauen. So. Damit sind wir jetzt hier drin. Wir sehen, der Gegner hat auf jeden Fall auch Fernkämpfe. Wo sind sie denn? Da. Die Bowman. Diese Jungs hier, da müssen wir echt aufpassen. Die haben Charge. Wie ihr seht, die Deals Extra Attack Plus 10. Extra Damage for Each Tile. Also für jedes Feld machen die Plus 10 Extraschaden. Also gibt es 50, Plus 10, Plus 10, Plus 10. 60, 70, 80. Das heißt, die können mit deinem einzigen Charge, wenn du Pech hast, so hart zuhauen wie die Cecilia. Entschuldigung. Und das haut dann halt echt düster, düster rein. Entschuldigung, ich muss hier gerade einen Schluck zum Trinken nehmen. Wir stellen uns jetzt erstmal hier auf. Ich möchte mit den Bats natürlich die Dingens harassen. Die Bogenschützen sind eigentlich hier ganz, ganz gut aufgestellt. Weil wir müssen eine Verteidigung so aufbauen, dass die Kavalerie hier nicht zu einem Charge kommt. Das wäre jetzt hier momentan so ein bisschen meine Wunschvorstellung von einer guten Kampfsituation. So, deswegen gehen wir jetzt erstmal da hin. Hier können sie nicht chargen. Mit den Fliegerchen fliege ich schon mal da hin. Wie gesagt, mit denen will ich ja die Bogenschützen kaufen gehen. Dann haben wir jetzt hier die Archer, die momentan noch auf nichts schießen können. Aber ich gehe mit denen jetzt hier mal da hin. Bogenschützen, die zentral stehen, sind eigentlich nie ein Fehler. Dann geht ihr noch da hin. Ihr geht da hin. Du gehst. Das ist eine gefährliche Situation, wenn die Kavalerie jetzt hier drauf chargt. Du gehst da hin. Und du gehst da hin. Die Flanke übrigens hat nichts damit zu tun, wo die Einheit hinguckt. Das hängt immer nur damit zusammen, in welche Richtung kämpft sie bereits und dann kommt ein Angriff quasi von einer anderen Richtung. So, mit Cecilia überspringen wir jetzt erstmal den Zug. So, habt ihr das gesehen? Die haben jetzt hier schon mal unsere Bats hier erwischt. Was natürlich echt bad ist. So, das hier sind jetzt die Bogenschützen. Und ich greife jetzt hier die Bogenschützen an. Mit den Bats. Das hätte nicht passieren sollen. Auch das hier ist nicht so günstig. Also ihr seht, die Bats sind deutlich schwächer als die Dinge. So, jetzt können wir die Reiter angreifen. Ach ne, wir können jetzt... Auf wen können wir schießen? Wir können jetzt erstmal so einen Aimed Shot machen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Weil gegnerische Bogenschützen sind echt ein Ärgernis. Und das waren unsere Fledermäuse. Die sind jetzt schon eine Geschichte, was nicht so toll ist. So, dann kann ich mal da drauf schießen. Was machen wir mit den Speerkämpfern? Ne, das sind andere Bogenschützen, die ich jetzt hier am Start habe, oder? Ne, das sind Speerkämpfer. Okay, die Speerkämpfer greifen jetzt hier in einer Halbflanke die gegnerische Dingens an. So. Wir machen dabei saumäßig Schaden. Leider gibt es also kein so Schere-Stein-Papiersystem, wie ihr seht. Also kein so richtiges. Es gibt zwar schon eins, das so ein bisschen versteckt ist, wie zum Beispiel, dass die Bats hier Vorteile gegenüber den reinen Fernkämpfern haben. Aber es ist nicht so ein volles Schere-Stein-Papiersystem. So, jetzt haben wir hier verhindert, dass die ihren Charge machen können durch unsere Positionierung. Und können nun... Ja, komm, ich geh da hin. Hier ausschalten. Bam. Erster Gaul ist down. Cecilia ist schon wieder dran. Ich kann aber gerade eben nichts machen, weil sie hier nicht durchkommt. Da war es gerade mit dem Charge, wie ihr seht. Haben die jetzt den Charge angewendet, aber der hat keinen Teil-Bonus bekommen. Deswegen war der Schaden... Nennen wir es mal überschaubar. Boah, da kommt einiges an Beschuss rein. Kann ich die jetzt hier wegmachen? Ich denke, ich kann die wegmachen mit dem Aim-Shot. Genau, die sind jetzt weg. Jetzt greifen wir die Fernkämpfer hier an. Die können sich im Nahkampf nicht verteidigen. Hier machen wir jetzt erstmal einen Guard. Hier greifen wir jetzt flankierend an. Und mit Cecilia... Ja, können wir jetzt eigentlich nur da langlaufen. Die ist gleich wieder dran und greift jetzt von hinten hier. Full Flank. Die Reiter an. Die zimmert gut rein, die Dame. Ich versuche jetzt hier gerade eben absichtlich zu vermeiden. Irgendwelche Dinge uns anzuwenden. Also irgendwelche Karten, weil ich ein bisschen Mana sparen will. So. Und damit hoffe ich jetzt mal, dass wir den Kampf jetzt hier anfangen können zu entscheiden. Ihr seht, dass diese Swordmen echt gut sind. Also die haben auch gerade einen echt fetten Rüstungsbonus durch ihr Guard. Und deswegen mache ich jetzt erstmal selber hier Guard an. Um Schlimmeres zu vermeiden. Hier machen wir auch Guard an. Und jetzt können wir mit Cecilia außen rumlaufen. Eigentlich war es cleverer gewesen, Guard früher anzumachen. Aber ihr seht, der Schaden hält sich jetzt natürlich echt in Grenzen. Auf beiden Seiten übrigens. So, jetzt komme ich hier tatsächlich nicht ran. Der hat sich so clever aufgestellt, dass ich nicht schießen kann. Also gehen wir jetzt einfach so nah ran, dass wir es in der nächsten Runde können. So. Jetzt können wir angreifen. Ihr seht, wir machen ein bisschen mehr Schaden als wir kassieren. Also lohnt sich der Angriff. Ja, du gehst auch schon mal dahin. Hier spare ich mir das. Ich will mit Cecilia hier den Angriff machen. Denn Cecilia ist sehr viel stärker. Und ist auch gleich wieder dran. Ja, der hat wieder Guard angemacht. Ah ne, wir schießen einfach drauf. Kommt, zack. Und weg sind sie. Auch die haben wir geschlagen. Aber, wie gesagt, die sind nicht so einfach. Vor allem, wenn jetzt auch noch ein Held dazu kommt, dann wird es echt knackig und tricky. So, was bekommen wir jetzt dafür? Hoffentlich eine fette Belohnung. Ja, wir haben die Bats verloren. Das ist natürlich nicht so geil. Aber ich bin von den Bats ohnehin nicht so überzeugt. So, nochmal Mana Replenishment. Wir bekommen nochmal die Möglichkeit, jetzt hier Truppen zu mobilisen. Ich mache jetzt hier dieses Mana Replenishment. Und Mana haben wir jetzt eigentlich. Sehe ich gerade eben gar nicht. Achso, ja. Und ich habe völlig vergessen, dass wir jetzt hier diesen Ring haben. Einen Ring kann ich hier spielen. Einer von den Ringen gibt es hier mehr maximale Lebenspunkte für Cecilia. Einfach, wie ihr seht, 15 oben drauf. Dadurch hat es jetzt hier 202. Dieses Village hier können wir jetzt leer trinken, meine Damen und Herren. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Ach ne, erst nächste Runde. Dann gebe ich denen jetzt hier nochmal ein bisschen so einen Veteranenstatus. Macht sie noch besser. Jetzt haben wir hier dieses Silberabzeichen, wie ihr seht. Dadurch ist ja Nahkampf- und Fernkampfangriff jetzt schon auf 41 angewachsen. So, wir brauchen Blut. Wir können hier momentan in diesem Ort hier 3x3 Blut uns hier holen. Das heißt 9. Und jetzt waren sogar 18. Wo habe ich mich verrechnet? 3 Blood Points per Population. Consum All Population und One Use. Also irgendwie habe ich mehr bekommen. Ich weiß nicht warum. So, wir können uns auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen heilen jetzt hier an der Stelle. Dann ist unsere Truppe jetzt hier wieder voll und elitär. Und jetzt gehen wir mal zu diesem Dracul Graveyard. Da können wir nämlich Akkulüten anheuern. Ich weiß nicht, was Akkulüten tun. Ich habe die noch nie ausgehoben. Was kann ein Akkulüt? Es ist eine Nahkampfeinheit, so wie es aussieht. Ein Human Warrior. Also es ist eine menschliche Einheit. Heal Ability. Restore 40 Health to Target. Also im Grunde ist es eine Support-Einheit, so wie es aussieht. Der aber trotzdem einen sehr, sehr guten Kampfwert hat. Also jetzt nicht unbedingt, was die Verteidigung angeht. Aber die Offensive ist zufriedenstellend dafür, dass der Kollege eigentlich da nichts besonders auffälliges hat. So, dann ist hier nochmal eine City. Da könnten wir auch nochmal Blut uns holen. Oder auch in diesem Forest können wir diese Dinge uns holen. Hier können wir auch mal hingehen zu dieser Library. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Gehen wir mal hin. Wir können uns erst eine nächste Runde anschauen. Da können wir nämlich für Blut shoppen gehen. Und zwar, ihr seht also, cast on the Dracul Keep to recruit a unit for 20% less. Das heißt also, ich hole mir jetzt einfach mal diese Karte. Vielleicht kann ich mir eine coole Einheit, äh, das wollte ich gar nicht, eine coole Karte kaufen. Aber ihr seht, man kann nur eine einzige sich holen. Also, ich hätte vielleicht die anderen erst mal angucken sollen. Ich bin so ein Hirsch. Unabhängig davon, hier ist jetzt dann gleich so ein Dracul Keep. Was momentan noch ein Human Keep ist. Okay, ihr seht, was jetzt hier los ist. Das sogenannte menschliche Imperium ist da. Und, äh, sie hoffen jetzt darauf, dass es jetzt hier für sie, äh, besser wird. Wir haben eine Kampfkraft von 197, wir werden also dann beim nächsten Mal, wenn ihr wollt, hier dieses Keep hier einnehmen. Und dann hoffentlich weitermachen können, bessere Einheiten bekommen. Noch einen tieferen Einblick hier in das Gameplay, oder zumindest das aktuelle Beta-Gameplay von Immortal Realms Vampire Wars bekommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bis dahin. Tschüss und Ade. Und, wir sehen uns wieder hier. Vielen Dank.